Keine große Herausforderung. Den Gedankenfinder-Dungeon, den würde ich gerne eine Weile nicht machen. Genau, meine ganze Gruppe verteilt sich irgendwo in der Pampa. Wer ist da ganz hinten gerade? Ach ja, hier. Also ja, natürlich, dunkle Höhle ist dann ein, so gesehen ein Einwegweg. Das heißt, wenn wir die beiden Sachen hier machen wollen, müssen wir das vorher machen. Was ziemlich furchtbar werden wird. Jedenfalls sehen die vielen Dungeon, der Betrachter-Dungeon, der geht noch einigermaßen. Weil Betrachter... Ja, Betrachter sind Betrachter, aber was soll man sagen? Sie schießen nicht mit Gedankenkontrollkugeln um sich wie irre. Und saugen einem dann das Hirn aus, sodass er ihnen schlecht wird. Wir kommen in ein prozessorgeschen Gasthaus. Ich muss sagen, ich habe noch nie eure gleichen hier in so kurzem Zeitabstatt gesehen. Ich kann euch die Ruhe weicher Betten anbieten, wenn ihr möchtet. Sagt nur, dann werdet ihr sie bekommen. Werdet hier. Wie kommt es, dass ihr hier ein Gasthaus betreibt, wo doch Überfälle durch die Droh drohen? Die Droh lassen uns in Ruhe. Es gibt kein echtes Interesse daran, uns auszulöschen. Wir sind nur ein kleiner Außenposten. Denn manchmal kommen sie mit Mordabsichten. Ich glaube, mehr aus sportlichem Interesse, denn sie folgen uns niemals sehr weit in die tieferen Schichten. Doch meistens sind sie friedlich. Meistens. Ich kann euch die Ruhe warm mal betten. Aha. Ja, ich möchte wissen, welche die sie hier anbietet. Ja, hier könnten wir mal königlich schlafen. Machen wir auch, wenn wir aus dem anderen Datsch rauskommen. Vergibt mir mein Eindringen, aber ich habe Neuigkeiten. Ich fand nur das Kind. Ich habe den Jungen befreit. Mein Junge, er kam vor kurzem zurück und berätete vor seiner Rettung. Ich dachte, er ist verrückt vor Hunger oder noch Schlimmerem. Jede, die geklappt, dass Umwelwelte ihm zu Hilfe kommen würden. Jede, die nicht aus dem Granit stammen, kümmern sich nur selten um unsere Belange. Bitte, nehmt dieses Geschenk in seinem Namen an. Ich danke euch sehr. Armbänder. Ihr, ihr würdet doch keinem Gnom was tun, oder? Nö, eigentlich nicht. Müße ich nochmal mit dem anderen reden. Also, die Armbänder, die interessieren mich schon mal. Abwehr am Reife, Rüstungsklasse 4. Jo, sind schlechter. Helfen dir kein Stück, also... Ja. Seid abermals willkommen. Wir fürchteten um euer Wohlergehen, als wäret ihr einer von uns. Hm. Ja, verstanden. Kann hier niemanden nach dem Teil fragen? Hm, wenn es das ist, was ihr wollt. Oder muss ich die am Eingang fragen? Okay, schön. Okay. Ja, hier wäre eine abgeschlossene Truhe. Ich weiß halt nicht, ob die... Gnome... Ich warte, euer Wunsch ist mein Begehr. ...dann nicht garstig werden. Hm? Ja? Hm? Ja? Hm? Ja? Hm? Ja? Hä? Achso, da hatte ich aus Versehen auswahrt. Dreieck gezogen. Ja, aber scheinbar hat hier keiner, der Gnome. Oh, der Schutz vor dem Bösen. Ah, die Tür ist offen. Okay. Okay. Los, spuck es aus. Geht klar. Ja? Keine große Herausforderung. Auf geht's. Okay, okay. Oh, ein Ring. Wieder was nicht identifiziert ist. Ist das kein Problem? Wobei mir die Art von Ring bekannt vorkommt. Das lässt sich ja gleich herausfinden. Das ist nun Türkis. Noch eine Identifizierenrolle, das ist immer gut. Okay, ich denke nicht, dass das Buch hier irgendwo in einer Truhe liegt. Ein Türpö-Ring. Ah, ja. Also, ein Schrott-Ring. Ganz ehrlich. Unsere guten Rüstungsteile können wir da reinpacken. Aber nö. Der Behälter ist schon voll. Okay, das heißt, wir gucken. Also, erst mal hier runter. Und ja, ich muss mehr oder weniger die drei Behausungen machen, weil ich glaube, in einer der Behausungen liegt das letzte Teil für meinen... Diese dunkle Gruppe... Diese dunkle Gruppe... Diese dunkle Gruppe... Diese dunkle Gruppe wirkt beunruhend auf euch. Dunkelheit überwältigt euch und ihr spürt eine andere Präsenz. Ach, ein... Oh, ein Bahnwort. Das ist nicht so schön. Oh, das wird sicher Spaß machen. Ich bin bereit. Für die Kraft der Nächsten. Ich zeig euch einen richtigen Kampf. Nächstes Mal. Schmerzen üben habt ihr. Jawohl. Wie ihr würdet. Meine Waffe hat keine Glocke. Rüstet euch zu sich. Habe ich an ein Quicksafe gedacht? Ja, ich habe an ein Quicksafe gedacht. Hm, keine große Herausforderung. Ich warte. Ja. Manus Potentis Porum. muss wohl was anderes ausprobieren muss wohl was anderes ausprobieren muss wohl was anderes ausprobieren der ball ist ein bisschen stark ich helfe wo immer ich kann ich stimme dem bisher eingeschlagenen weg von ganzem herzen zu das gute wurde aufrecht erhalten das hier ist wesentlich aufregender als jeder zirkus ok wo ist meine falsche sonnenaufgang strahl des ruhms ja verstanden Ja gut, der Balor, er ist böse, der Balor. Hm, keine große Herausforderung. Was soll noch anderes von einem der höchsten Tanari erwarten? Vita mormos. Hihein, ein stinkendes Loch des 그냥. Vita mormos, mormos. Vitas mormos. Baccio,신utely. Die Dienerin der Natur ist bereit. Baccio. 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 Ja? Ja. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Baccio. 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 Ja. Ja, ruf mal einen Windwurm. Ja. Nun gut. Meine Klinge wird euch schon zerreitgestützt. Nicht! Gib mir einen größeren Schwer! Äh, ja? Äh, gib ihm auf die Plauze. Ich weiß grad gar nicht... Ah, Magiewiderstand. Aber er ist weg. Das heißt, Kedron kann jetzt die Magie bannen. Die Gruppe ist leer, gut. Ihr verwertet die Schriftrolle Erdbeam, um den Schacht zu versiegeln. Es dauert nur wenige Augenblicke, bis die Hülle wieder so aussieht, wie vor dem Zeitpunkt, an dem die Gnomen mit ihren Grabungen begonnen haben. Und ja, ich glaube, bevor wir weitermachen, werde ich hier speichern. Es ist nämlich mal wieder eine Zeit. Wir haben es grad so geschafft, rechtzeitig den Bador zu besiegen. Ein gutes Ende so gesehen. LP 042 Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Untertitelung des ZDF, 2020